Okay, Video wurde gestartet. Versuch Nummer 2, let's go! Sehr geil! Ich fall genau! Das ist halt einer der den Wuseln! Geil! Ah, jetzt warte. Ja, am besten stell's dich drauf! Bist du weg? Nee, noch nicht. Oh Mann! Ja, die Düsen waren doch nicht mal auf halbe Power. Ja, ein bisschen höher einstellen. Wie geht das Loch auf? Mit den seitlichen Seiten? Ja. Ich glaub, das geht gleich schneller, wenn du... Jetzt kannst du hochheben auf jeden Fall. Nimm mal das Ding hier vorne weg. Vor mir. Einfach nur den Boden wegnehmen. Wirst du's mal zu fangen? Wir haben vorhin auch schon Weitsprung gespielt. Oh Gott, du bist der schlechteste Baggerfahrer, den ich je gesehen hab. Hahahaha Try again. Voll daneben. Hahahaha Ja, was machst du denn? Ja, geil! Jetzt hab ich mich halbwegs ausgerichtet, was machst du denn? Kann ich das wissen, dass es so in die Gegend umeinander haut, das Ding, das... Der Hammer wurde ja stärker gemacht. Ah ja, stimmt, stimmt. Aber dass es dann hier die vier Turbinen so leicht weghaut, hätte ich nicht gedacht. Ja, ein bisschen nach rechts, ein bisschen zurück von dir aus. Ja, aber mit einem Männchen kannst du halt null schieben. Ja. Ich kann ja währenddessen schon mal neu bauen. Sehr schnell. Ich wollt's grad sagen, neu bauen wär wahrscheinlich schneller gegangen, als das Ding jetzt aufzunehmen. Jetzt hast's. Und Performance-Einbrüche. Ich hab's schon neu gebaut. Soll ich mal lieber loslassen? Ja, lass mal los. Kriegst du deinen Arm überhaupt... Ah nee, grad geht's. Kriegst du deinen Arm überhaupt hoch genug? Ja. Schon nachgeladen? Nee, ich lass mal lieber los. Ja, lass los. Ich fahr'n aufm Boden, lass los und lass'n den drüber stehen. Hör auf! So, jetzt können wir loslassen. Oh fuck. Brauch ich auch so? Ja, mach lieber den Arm hoch, vielleicht liegt's an dem, ich weiß es nicht. Na ja, jetzt ist's gut. So, die Düsen nicht vergessen, die müssen wir hochdrehen. Kommt überhaupt dann alle vier ran? Hoffe. Sonst musst du unten ein Loch kurz reinbauen, dann kommst du von da ran. Naja, einfach die obere wegnehmen. Ja, oder zerst die oberen wegnehmen, genau, mach doch so einfach kurz. Darf ich mich reinsetzen? Du schießt es dann los. Ich glaub, du kannst ja gar nicht, du glitschert durch. Also, ich weiß nicht, ich hab' genau, die untere... Kommst du ja alle ran? Die untere sind jetzt hochgestellt beide. Ich geh' da mal lieber runter, weil sonst, äh, wenn ihr das verbindet, dann geht's ja gleich los. Machen wir die Klappe zu, genau. Machen wir die Klappe zu, genau. Ich möchte noch mehr wünschen, im Kühlschrank, ja. Klappe zu? Unten? Klappe zu, ja. Ich mach' Klappe zu. Wo? Klappe geht zu. Lass mich gucken. Okay. Klappe auf. Ja? Auf? Ja. Ja. Ja, der ging es ja. Oh, der kommt zurück. Nein. Das ist unsere Munition. Jetzt ist es. Da liegt sie. Da liegt sie. Okay, ich will da jetzt mal rein hüpfen. Ich will da mitfliegen. Hab sie. Na? Ich hab's. Bin in einer Sekunde wieder da, Jungs. Jo. Bist du sicher, dass es ist? Ich versuch' mal was anderes. Oh ja, Performance. Boah, und wie. Warte, lass doch den Scheiß. Warte. Boah. Lass es los. Tu es. Tu es. Ja, es sitzt, es sitzt wie eine Eins drin. Kein Problem? Oh ne. Oh ne. Wuhuuu. Was ist das? Hier ist es doch. Reißes Abbau, neu ist es. Es geht viel schneller. Vielleicht können wir einen Toilettensitz vorne ran bauen. wahrscheinlich ja dann stehe ich einfach nur vorne hin für was ist das ja eigentlich gedacht ich weiß es mal ab vielleicht bringt es ein bisschen was für die performance ich habe kein traster drin wieder weg gemacht also ich mache gleich hier die stärke also du die dinge nicht macht stellte starke ein die sind schon in die jahre dachau aber ich sehe gar nicht nur noch von dem game hier leiser machen immer was hallo so ich sitze ich sitze drin sei er will hat ins team weiß nicht ich hatte mich in der unter anderem nahm es muss sich jemand dann soll niemand zufrieden. Startet das Ding jetzt, startet das Ding endlich. Warte, 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 ich bin zugegangen. Wie heißt ich dein Shockwave? Ja, schon immer, aber eigentlich. Wow! Ja, warte mal. Du weißt ja, wie es bei Steam geht mit beitreten, ne? Äh, ja, 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 gleich. Bloß, ich muss, ich finde mich gerade erstmal in Controls zurecht, dann werde ich das mal wegsab. Kannst auch hier machen. So, Tommy, ist soweit. Ich sitz drin. Oh mein Gott. Du sitz drin? Ja, ich sitz drin. Was machst du? Ich lass mich mit rausschießen. Oh mein Gott. Äh, weil hier gerade so eine Möglichkeit ist anzugreifen, irgendwie, also Attack, gibt's in dem Spiel PvP? Nein. Nein. Scheiße. Was war das denn? Gibt's nicht, du hast doch Christoph keinen Schaden oder so. Äh, das hat nicht so ganz funktioniert. Tschüss. Sick. Tschüss. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. No, what the fuck . Oh fuck, was ist weg? Es ist jetzt sicher, ich hab gewonnen. Was ist links? Ich glaub', da kannst du's gar nicht bestimmen, wo du hingehen sollst. doch musste ob er schnellen nur dort und das ist ich habe heute gestern ja ja